Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Breitspielbox. Es ist Silvester, oder wann auch immer ihr das jetzt sehen werdet, das ist mein letztes Video hier im Jahre 2020. Hier hat ihr euch ja zumindest versprochen, noch eins online zu stellen. Und das ist jetzt Teil 2 meiner Top 55 Liste mit den Plätzen 44 bis 34. Viel Spaß! Auf Platz 44 habe ich für mich die Crew gesetzt. Es ist in diesem Jahr herausgekommen, es ist eines der aktuellsten Spiele auf der Liste. Bei Cosmos Autor ist Thomas Zing und es hat direkt den Kennerspielpreis in diesem Jahr abgeräumt. Ja, ich denke mal, den meisten muss ich jetzt gar nicht mehr großartig was dazu sagen. Die Crew ist ein kooperatives Stichspiel, bei dem wir Aufgaben bekommen. Wir sind im Weltraum unterwegs. Demnächst geht es mit dem Teil 2 in die Tiefsee. Ich bin gespannt, was da Neues kommen wird. Aber wir sind jetzt erstmal im Weltraum und bekommen verschiedene Aufgaben gestellt. Da wird die Reihenfolge der Stiche festgelegt. Da wird festgelegt, wann wir miteinander kommunizieren dürfen. Denn das ist generell ja eigentlich weitestgehend verboten. Wir haben allerdings einen Marker, mit dem wir im Spiel halt einmalig uns Hinweise geben können. Also in einer Partie. Und so wird das Ganze von Mission zu Mission aufwendiger, schwieriger. Man kann das Ganze mit drei bis fünf Leuten spielen. Mit dreien ist es einfacher als mit fünf. Logisch, wenn ich fünf Leute koordinieren will, dann ist das natürlich eine Herausforderung. Mir hat jedenfalls die Crew sehr gut gefallen. Ein wirklich sehr kurzweiliges, innovatives Kartenstichspiel. Platz 44. Auf Platz 43 ist ein Spiel, was aus den Anfängen der Brettspielbox noch herrührt. Stammt aus dem Jahr 2013. Die Brettspielbox ist 2014 offiziell online gegangen. Und es war eine meiner ersten Rezensionen, die auch netterweise dann von Feuerland verlinkt wurde. Die Rede ist hier von Viti Culture. Und Viti Culture kam oder kommt von Stonemaier Games. Ist dann auf Deutsch von Feuerland Verlag herausgebracht worden. Die anderen Autoren sind Jamie Stagmeier und Alan Stone. Ich muss bei Jamie immer den Vornamen ablesen. Warum auch immer, habe ich mir da einen Jeremy eingeprägt. Aber er heißt Jamie Stagmeier. Ja, und hier haben wir ein wirklich wunderbar erstmal ausgestattetes Stonemaier Games Spiel. Was dann der Benchmark für die nachfolgenden Spiele war. Und er das eigentlich auch immer erreicht hat. Und es geht um Weinanbau. Wir sind in der Toskana und haben ein Weingut. Und ja, es ist ein klassisches Worker-Placement-Spiel. Dazu haben wir die Möglichkeit, den Wein in bestimmten Abständen zu verkaufen oder weiter reifen zu lassen. Ihn höherwertiger machen zu lassen. Es gibt Erweiterungen, wo Besucher hineinkommen und, und, und. Also ein sehr, sehr opulentes Spiel. Es gab dann ja auch die Toskana-Erweiterung. Ich habe dann eben halt beides in diesem großen Schuber. Und ja, hat mir viel, viel Spaß gemacht bisher. Ist aber leider schon ein, zwei, drei Jahre schon nicht mehr auf meinem Spieltisch gelandet. Und wäre eigentlich mal längst hinfällig, das Spiel wieder herauszuholen. 2018 war dann das Jahr des Platz 42, Railroad Inc. von Horrible Guild. Damals noch Horrible Games, die haben sich ja umbenannt. Und Autoren sind Chalmar Hach und Lorenzo Silva. Und ja, das ist ein Roll-and-Write-Spiel. Allerdings nicht mit Abrissblock, sondern wir haben hier einen abwischbaren Plan vor uns. Und es gab direkt zwei Spiele. Mittlerweile sind zwei weitere aufgelegt, die dann hoffentlich jetzt im Frühjahr des 2021 ist ja auch nicht mehr so weit hin, dann herauskommen werden. Und das, was wir machen, ist, wir bauen Eisenbahnlinien und Straßen. Und das machen wir eben halt anhand der Würfelergebnisse. Und versuchen somit über unserem Plan und auf unserem Raster möglichst viele Verbindungen, gültige Verbindungen zu schaffen. Möglichst wenig Nieten zu produzieren. Das Ganze wird dann noch angereichert, dass es die Erweiterung gibt mit See, mit Vulkanen. Wie gesagt, jetzt kommen zwei weitere plus nochmal Würfelsets heraus. Also das Thema wird dann fast unendlich werden. Ich habe es natürlich gekickstartet, weil das Spiel fand ich bisher sehr, sehr gut und bin mal gespannt, was da Neues herauskommen wird. Weshalb fand ich dieses Spiel jetzt so gut oder warum ist es überhaupt in meiner Top 55 geleindet? Ich bin klarer, bekennender Roll-and-Write-Fan. Ich fand hier sehr, sehr schön, dass man, ja, ich sag mal, so ein bisschen zugeschnürt wird. So mit fortlaufendem Charakter des Spiels. Man muss gut planen, man muss ein Gespür dafür haben, wo gibt es noch Möglichkeiten. Man muss natürlich auch ein bisschen Glück haben beim Würfeln. Es gibt jetzt keine, ja, oder nur eine geringfügige Möglichkeit dort eben die Würfelergebnisse zu modifizieren. Aber, ja, in Summe fand ich das Erlebnis von Railroad Inc. sehr, sehr überzeugend. Ein etwas anderes Spiel oder ein größeres Kaliber. Die Packung ist halt auch deutlich voluminöser. Ist dann auf Platz 41 ein Fest für Odin. Kam im Jahre 2016 heraus. Autor ist natürlich Uwe Rosenberg. Und Feuerland Spiele hat das Spiel verlegt. Da gibt es auch mittlerweile eine erste Erweiterung. Eine zweite soll im nächsten Jahr dann folgen. Und hier haben wir, ja, ich sag mal, gehen wir zum einen auf Jagd. Da müssen Arbeiter einsetzen oder Jäger und Sammler. Und auf der anderen Seite puzzeln wir dann eben halt auf unserem Gebiet und schalten uns bestimmte Sachen frei. Also das ist schon sehr eng miteinander verzahnt. Nicht einfach unbedingt zu spielen. Ich habe es eine Zeit lang sehr, sehr gern gespielt. Auch das Spiel ist leider erst mal wieder im Regal gelandet, weil so viele neue Spiele im Jahr herauskommen, dass das ein Stück weit hinten anstehen muss. Auf Platz 40 haben wir dann Watergate. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in zwei Matthias Kramer Spiele, die hintereinander sind. Und aus dem Jahre 2019 ist bei Frosted Games erschienen. Das ist ein klassisches Zwei-Personen-Spiel. Hier spielen wir die Watergate-Affäre mit Richard Nixon und den beiden Reportern der Washington Post nach. Also der eine Spiel ist, spielen die beiden Reporter und der andere ist Richard Nixon. Und man versucht sich jetzt hier mit verschiedenen Markern über mehrere Runden gegenseitig in die Bedrängnis hineinzubringen. Während die Reporter versuchen, Beweisketten hinzukriegen. Versucht Nixon so alles, um diese Beweisketten zu zerstören. Um eben halt nicht mit der Affäre belastet zu werden. Nicht ganz einfach zu spielen, aber ich finde thematisch sehr, sehr dicht. Und Frosted Games hat mit diesem Spiel und vor allen Dingen halt auch mit den ganzen vielen Hintergrundinformationen zum Watergate-Skandal da echt ein richtig tolles Zwei-Personen-Spiel herausgebracht. Insbesondere, wenn man das ganze Thema Politik liebt. Und das trieft hier nur so vor Thema. Auf Platz 39. Das habe ich 2011, also schon ein älteres Kaliber von Matthias Kramer. Ich meine 2011 sogar auf der Messe damals gespielt. Da hatte ich jetzt noch keine Idee, dass ich den Blog hier betreiben würde. Wir haben uns auch durch Zufall an diesen Tisch gesetzt. Ich hatte gar keine Ahnung, was es zu dem Zeitpunkt dann gab. Und wie das so häufig ist, da war dann Platz frei. Und es kam Lancaster auf den Spieltisch. Und das Spiel hat mich total angefixt. Meine Begleiter halt auch. Ich habe es mir dann auch direkt gekauft. Habe es auch jetzt vor anderthalb Jahren mal wieder rausgeholt. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es komplett so seinen Glanz da verloren hat. Deswegen habe ich es auch auf diese Liste gelassen. Es ist ein Arbeiter-Einsatz-Spiel, passt schon. Allerdings haben wir hier nicht gleiche Arbeiter in Form von Rittern. Sondern welche, die eben halt im Rang aufsteigen können. Und dementsprechend setzen wir Arbeiter in verschiedene Burken in England ein. Und je nachdem, wer dort dann die Mehrheit hat, bekommt dann die Bonusplättchen in diesen verschiedenen Burgen. Und wir setzen halt Ritter für Ritter ein, verdrängen andere Ritter, die dort sind, müssen Gesetze verabschieden. Es gibt auch noch Erweiterungen. Die habe ich allerdings noch nicht so intensiv gespielt. Und ja, ich finde, dieses Spiel hat echt einen richtig schönen Charakter durch dieses Einsetzen dieser Ritter mit der unterschiedlichen Intensität. Und ich muss halt gucken, wo setze ich wann welchen Ritter ein, wo setze ich vielleicht auch niedrige Ritter ein, um eben doch noch an gewisse Bonusplättchen heranzubekommen, um meine Ritter aufsteigen zu lassen, um im Feldzug gegen Frankreich dann Bonuspunkte zu bekommen oder Siegpunkte zu bekommen. Ja, also Lancaster, wer es noch nicht kennt, sollte sich aus meiner Sicht dann mal anschauen. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter zurück auf der Zeitskala in das Jahr 2004. Wir sind bei Days of Wonder, wir sind bei Alan R. Moon und das kann natürlich nur Ticket to Ride oder Zug um Zug sein. Und hier stellvertretend das Vase-Spiel. Ich weiß gar nicht, es gibt mittlerweile acht Erweiterungen. Unter anderem die Frankreicher Erweiterung mit dem modularen Streckennetz. Ein Aktienmodell mit UK ist hinzugekommen. Wir haben ein eigenständiges Europa-Spielplan, Deutschland-Spielplan, eine Weltreise, wobei mir die nicht so gut gefallen hat, weil hier die Ausmaße der Welt eigentlich diesem Spiel ein Stück weit entgegenstehen. Aber das Spiel hat es weiterhin in sich. Es ist eigentlich ein gehobenes Familienspiel, würde ich jetzt mal behaupten. Mit meinen Kindern kann ich sehr, sehr gut spielen. Mein Sohn spielt das immer sehr, sehr gerne mit. Und wir tauschen oder versuchen, eine Zugstrecke oder mehrere Zugstrecken zu belegen und Aufträge zu erfüllen, nämlich von A nach B zu kommen. Und da wir mehrere dieser Karten ziehen, versuchen wir möglichst viele Synergien bei unseren Zugstrecken zu erzeugen, um sehr viele Punkte zu machen. Nicht erfüllte Karten bringen Minuspunkte, das versucht man zu vermeiden. Und ja, das Spiel endet, wenn einer, ich glaube nur noch zwei, einen oder gar keinen Zug mehr einsetzen kann. Da wird noch eine Runde zu Ende gespielt und dann ausgewertet. Begeistert mich nach wie vor. Ich habe mir damals die 10-Jahres-Anniversary-Box geholt mit den Zügen in diesen Metallkisten. Metallkisten, das macht natürlich haptisch nochmal einiges mehr her, sehen auch ein schöner Sticker aus als die klassischen Plastikzüge. Aber auch mit den ganz normalen Zügen funktioniert das wunderbar. Also Zug um Zug ist mein Platz 38. Ja, und jetzt haben wir, ja, wir gehen nochmal in das Roll and Ride hinein. Ja, davon habe ich jetzt noch drei, eben halt bis Platz 33. Auf Platz 37 Welcome To von Benoit Turpin bei Blue Cocker erschienen, und zwar im Jahre 2018. Dem Spiel hatte ich sogar echte Chancen zugerechnet, im Bereich Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres weiter nach vorne zu landen. Leider haben die es mit der Anleitung total vergeigt. Die fand ich nicht sehr gut gemacht. Habe auch mit dem Verlag damals mich ausgetauscht. Die konnten aber nur einen Teil bereinigen. Und ja, das war sehr, sehr ärgerlich, denn ich glaube, Welcome To hätte es verdient gehabt, einer größeren Öffentlichkeit eben halt zugänglich gemacht zu werden. Mittlerweile gibt es jetzt Welcome To Las Vegas. Das ist allerdings schon ein echter Kenner, Spielkracher, weil da so viel ineinander verschachtelt ist. Also bleibt mal am besten direkt bei Welcome To, dem Original. Da gibt es auch noch ein paar andere Pläne mittlerweile, die man dafür super nutzen kann. Was machen wir? Wir haben ein klassisches Flip and Ride, nicht Roll and Ride. Hier drehen wir Karten um und entscheiden uns für eine Hausnummern-Aktionskombi. Also drei stehen zur Verfügung und wir tragen die dementsprechend ein. Der Clou ist, dass wir bei den Hausnummern, und jetzt hätte ich doch mal besser nachgeguckt, wir haben also drei Straßenzüge mit unterschiedlichen Anzahl an Häusern da, also dass wir die Hausnummer nur aufsteigend eintragen können. Es gibt nur eine Ausnahme, da gibt es eine Sonderkarte, die man nutzen kann. Die bringt aber leider Minuspunkte, wenn man sie zu häufig nutzt. Dann kann man auch eine gleiche Zahl eintragen. Also hat man beispielsweise schon eine 5 eingetragen, dann kann man also eine rechts und links von diesem Haus auch eine 5 eintragen. Sonst müsste man dementsprechend eine 4, also mindestens eine 4 oder mindestens eine 6 eintragen. Man kann also auch Lücken lassen, also beispielsweise nach der 5 eine 7 eintragen. Und somit versucht man halt aufsteigend was aufzusetzen, aufzubauen und Aufträge zu erfüllen. Das macht man, indem man beispielsweise gewisse Bereiche mit Zäunen abgrenzt. Und da liegen Aufträge aus. Und wer es schafft, eben halt alle drei Aufträge als erstes zu erfüllen, der beendet dann das Spiel. Oder aber, wenn man, ich glaube, das dritte Mal gepasst hat, dann endet das Spiel ebenfalls automatisch. Also ein sehr, sehr schönes Flip-on-Ride-Spiel, was ja schon ein Stück weit anspruchsvoll ist. Es ist jetzt nicht das einfachste Familienspiel, wo man erstmal auch hineinkommen muss. Wenn man die Schwierigen einmal verstanden hat, dann spielt es sich wirklich angenehm locker leicht. Dann habe ich zwei Spiele, auch Roll-and-Ride-Spiele, die habe ich so ein bisschen zusammengefasst. Weil das eine ist so das Familienspiel, das andere ist dann eine Spur-Heff, also Spur-Intensiver, würde ich sagen, so oberes Familienspiel-Unteres-Kennerspiel-Niveau. Hier die Rede ist von Quix, beziehungsweise Quinto. Haben unterschiedliche Autoren, das muss man auch dazu sagen. Quix ist aus dem Jahr 2012, Quinto aus dem Jahr 2015. Quix ist von Steffen Bendorf und Quinto ist dann von Bernhard Lach und Uwe Rapp herausgebracht worden. Beide, wie gesagt, bei NSV, kamen aber aus einer Reihe. Danach ist noch ein Quantum entschieden, das war aber nicht so gut. Also Quix war für mich so das Einsteiger-Roll-and-Ride-Spiel. Hat leider damals gegen Hanabi verloren. Nichts gegen Hanabi, das hatte sicherlich seinen Stellenwert, aber für die Massetauglichkeit wäre Quix, glaube ich, noch ein Stück weit besser gewesen. Mittlerweile gibt es fünf, vier oder fünf Varianten davon. Es gibt eine Zwei-Personen-Variante etc., also auch alles ganz gut spielbar. Aber Quix ist nach wie vor immer noch so. Das Highlight gibt auch eine sehr schöne App, die man spielen kann, sowohl solo als auch zu zweit. Und das Ganze funktioniert so, dass sechs Würfel gewürfelt werden. Da sind vier farbige und zwei weiße. Die weißen Würfel, die sind immer für alle zur Verfügung, während der aktive Spieler entweder erst in zwei weißen oder eben halt einer Kombi weiß mit Farbe wählen kann. Und dementsprechend dann einträgt. Wir haben zwei Reihen, die sind aufsteigend von zwei bis zwölf. Wir haben zwei Reihen, die sind absteigend von zwölf bis zwei. Und hier habe ich ebenfalls die Möglichkeit, dann von links nach rechts eben halt anzukreuzen. Habe ich ein Kreuz gemacht, habe ich nicht mehr die Möglichkeit, ein Kreuz davor zu setzen. So sind die Regeln. Und am Ende wird gezählt, wie viele Kreuze habe ich in einer Reihe gemacht. Und das gibt dann einen Siegpunktwert. Und ich addiere dann diese vier Werte auf. Wenn ich passen muss, weil das manchmal von Vorteil ist, weil ich halt einfach sonst mir eine Reihe kaputt mache, oder aber vielleicht auch nicht einsetzen kann, kostet das jeweils Minuspunkte. Die muss ich natürlich am Ende abziehen. Quinto funktioniert ähnlich. Hier muss ich allerdings auch noch die Reihen untereinander. Hier habe ich aber nur drei Reihen. Und hier muss ich auch noch die Reihen untereinander in Vergleich stellen. Und ich kriege bestimmte Punkte, wenn ich bestimmte Spalten dann ausgefüllt habe. Was das Ganze nicht unbedingt einfacher macht. Deswegen habe ich gesagt, Quinto ist für mich so das fortgeschrittene Modell aus der Quicks-Reihe. Aber nichtsdestotrotz genauso gut. Auf Platz 35. Wir sind im Jahre 2013. Mac Gertz hat zugeschlagen beim PD-Verlag. Ist für mich das Spiel Concordia. Ein Spiel, was so im römischen Reich sich abspielt. Es gibt mittlerweile ganz viele Karten dafür. Es gibt auch eine Team-Variante mit Venus, also Concordia Venus. Und das Spiel hat es tatsächlich mir auch sehr gut angetan. Wir haben hier ein, man kann sagen, so eine Art Deck-Building. Ich spiele halt Karten aus und versuche mich auf einer Landkarte auszubreiten. Versuche Rohstoffe zu erwerben und Produktionsstätten dort hinzusetzen. Und das wesentliche Element ist bei diesem Spiel eben halt das Handkarten-Management. Weil ich mit einer bestimmten Karte die Karten auch wieder zurückholen kann. Das ist aber immer eine Aktion. Das muss ich sauber durchplanen. Ich kann neue Karten dazu bekommen. Höherwertige Karten. Man muss halt gucken, wann ich was wie für mich dann dementsprechend einsetze. Also ich fand das immer recht flott zu spielen. Auch wenn es nicht ganz ohne ist, es zu beherrschen. Dann kommen wir zu Platz 34. Aus dem Jahre 2018, 19 und 20. Also drei Spiele wieder in einem. Ja, wer die Logik jetzt kennt, wird wahrscheinlich schon vermuten, was es sein wird. Denn welcher Dreiteiler ist in diesen drei Jahren herausgekommen? Nämlich ganz schön clever, doppelt so clever oder jetzt erst kürzlich clever hoch 3 von Wolfgang Warsch. Ja, 2018 war das Wolfgang Warsch. Ja, hatte ja dann auch mit die Quacksalber von Quedlinburg das Kennerspiel im Gepäck. Ist bei Schmidt-Spiel erschienen. Und hier haben wir wieder ein klassisches Roll-and-Ride-Spiel. Allerdings schon etwas kniffliger, denn da waren ganz, ganz viele Kettenzüge dabei, die sich sowohl in der ersten wie auch in der zweiten als auch in der dritten Episode jetzt fortgesetzt haben. Mit immer wieder neuen Kniffen. Wenn ich die drei miteinander vergleichen soll, klar, dann hat natürlich ganz schön clever 1 da für mich den ersten Rang clever hoch 3. Finde ich mittlerweile fast ebenbürtig. Spiele ich aktuell sehr, sehr viel auch in der App. Also alle drei sind auch als App-Umsetzung mittlerweile erhältlich. Ich finde es fast solo schöner zu spielen, als wenn man es mit anderen Leuten spielt. Da würde ich wahrscheinlich nur auf ganz schön clever gehen, denn die anderen beiden haben mir da doch zu viele Winkel und Kniffe drin. Und am Ende entscheiden wir uns ja für, aus sechs verschiedenen Würfeln nach und nach, eben halt einen Würfel rauszunehmen. Mit der Besonderheit, wenn wir einen Würfel nehmen, dessen Augenzahl höher ist als andere, die gewürfelt sind, dann sind diese schon mal weg. Und somit reduziert sich auch die Anzahl der Würfel, die wir haben. Wir können mit bestimmten Kniffen Würfel doppelt nutzen. Wir können Würfel neu würfeln. Oder dann in den fortgeschrittenen Sachen, dass man die wieder reaktiviert oder dass man sie manipuliert. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten in den drei verschiedenen Episoden. Ja, also da ist doch einiges dabei. Und ich habe auch noch die Möglichkeit, als passiver Spieler immer davon zu profitieren, was auf dem Silbertablett liegt. Also an rausgenommenen Würfeln, da eben halt dabei zu sein, sodass dann die Downtime, wenn man es also auch zu mehreren spielt, nicht eklatant hoch ist. Ganz schön clever im Dreier-Bundle. Ja, auf Platz 34. Und den letzten Platz, oder vielmehr den ersten Platz, je nachdem wie man es sieht, auf Platz 33 in dem Teil 2 meiner Top 55 nimmt das Spiel Decrypto ein. Decrypto ist auch so ein Spiel, wo leider die deutsche Anleitung verhunzt wurde. Sonst hätte dem Spiel, wäre das Spiel, glaube ich, noch ein Stück weit weiter nach oben gekommen. Ich finde es fast ebenbürtig mit Codenames. Codenames spielt sich ein bisschen runder, ein bisschen fluffiger. Anspruchsvoller ist definitiv Decrypto, aber nichtsdestotrotz nicht schlechter. Es ist von Thomas Degenes L'Espérance. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das Spiel ist bei Les Scorpions Masks herausgekommen und dann bei Asmodee eben halt lokalisiert worden. Wir spielen in Teams gegeneinander und haben eine Reihe von vier Begriffen stehen. Und müssen dann einen Code praktisch übersetzen. Jeweils pro Team wird ein aktiver Spieler gewählt. Der hat dann von mir aus die reine Folge 143 als Code und muss nun seinen Mitspielern Hinweise geben, die auf diese gesuchten Wörter dann hinweisen. Also steht da beispielsweise Italien, dann könnte er Rom sagen, das wäre natürlich sehr naheliegend. Er könnte allerdings auch Stiefel sagen, das wäre schon ein Stück weiter weg. Er könnte von Apulien sprechen, na gut, das würde man wahrscheinlich auch eher wissen. Also irgendwelche Begrifflichkeiten, die eben halt vielleicht nicht 1 zu 1 sofort auf Italien hinweisen. Denn in fortlaufenden Partien kann es halt vorkommen, dass wir diesen Begriff Italien nochmal raten müssen. Und dann steigen die Gegner mit ein und können versuchen, diesen Code zu knacken. Und wem es gelingt, als erstes zwei Codes des Gegners zu knacken, der gewinnt das Spiel. Umgekehrt, wenn man es zu schwierig macht, und ich habe jetzt Italien und würde dort Griechenland reinschreiben, könnte es gegebenenfalls auch noch passen, je nachdem wie die anderen Begrifflichkeiten sind, dass ich eben darauf komme. Aber vielleicht komme ich auch gar nicht drauf und habe ich leider meinen Mitspielern zweimal einen zu schweren Code zum Knacken gegeben, dann fliegt die Mannschaft eben halt auch raus und das andere Team gewinnt. Und somit ist das ein Hin und Her herauszufinden, also ich habe immer zwei Rategänge, einmal den eigenen Rategang, dass ich eben halt meinen Code knacke und dann, dass ich den Code des Gegners knacke und ich kriege immer weiter und immer mehr Informationen des Gegners. Und ja, ich muss halt schon ein bisschen um die Ecke denken, muss halt gucken, dass ich meine Mitspieler mitnehme, ich muss halt auch gucken, dass ich es nicht zu einfach mache und das macht den Reiz von der Krypto aus. Das war meine Top 33. Für alle, die sich das dann heute noch angucken, einen wunderbaren Rutsch. Für alle, die sich es im nächsten Jahr angucken, ich hoffe, ihr habt einen tollen Start ins neue Jahr und wir sehen uns auf jeden Fall hier in 2021 wieder. Gerne auch ein Abo hinterlassen, Daumen hoch und bis die Tage, euer Christoph. Ciao!